hallo freunde der physikalischen experimente heute wollte ich mal was ausprobieren was ich auch auf youtube gesehen habe natürlich und zwar wenn man wasser bei diesen temperaturen wir haben es jetzt ungefähr etwas über minus zehn grad wenn man wasser in die luft wirft bei diesen temperaturen soll das also zu eisnebel sage ich mal sich verwandeln und das möchte ich jetzt mal probieren und zwar habe ich hier ganz gewöhnliches wasser und das nehme ich jetzt mal und werfe es in die luft und ihr schaut mal was da passiert so also der clou soll sein man muss es mit heißem wasser probieren also probier es einfach noch mal und ich setze mir aber vorher die kapuze auf falls es wieder nicht klappt naja gut da konntet ihr wahrscheinlich nicht mal was sehen so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.